Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon 5, so was geil ist. Ähm, wie viele Folge ist das jetzt? Hm, weiß ich nicht. Äh, die fünfte Aufnahme wird es jetzt schon sein. Äh, letzte Folge war das mit Partner, die ich habe gemacht. Und dann haben wir jetzt gerade noch ein Drittel. Oh, für... Wow! Wir machen das noch ein paar Mal. Hab mich jetzt gerade so spontan entschieden. Weide sagt, es gibt gute EP. Wieso kriegen wir zumindest noch Charavio-Fachtens von mir. Es... Ach, Moment, was ist das denn? Weiber? Es ist ein Stein. Ein Stein. Der Stein der Weiden. Äh, nein, ich mag kein Harry Potter. Weiß da jetzt mal irgendwas an. Kann nur jetzt sein, dass wir hier schon alles angeordnet haben. Hier... Wir haben hier eine Insel mitten in der See. Und ich bitte euch. Da am Stein hängt vielleicht irgendwas. Stami oder was weiß ich. Warum? Wir probieren das gar nicht. Und dafür, dass hier ein T-Magma anwesend ist, ist die Melodie viel zu nett. Allgemein, das ist, glaube ich, nirgendwo im Spiel verändernde Musik bisher, oder? Doch, 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 okay, ich erinnere mich gerade. Ähm, so, was haben wir denn hier jetzt? Dann sprachen wir die Augen zu, nehmen wir nochmal her. Weibart? Weibart! Das ist... Ah, 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 ah. Die Frage ist, werden wir im Spielverlauf noch einen Weillord brauchen? Weil ich bin von Weillord selbst so begeistert. Ich bin so... Nein, 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 nein. Verpackt. Gibt gute B. Ja, Kripp. Guck, das... Na, erstauner. Es wird wahrscheinlich sowieso keine guten Attacke kommen. Und da, ja. Einfach mit. Das wird das Beste für uns sein. Oh, mein Gott, Kripp, da macht der Tee. Schön. Ich meine, er entwickelt sich ein Steramice-Schrapptor, das weiß ich auch gar nicht. Jetzt skippe ich mir schon wieder vor. Nein, nein, nein. Äh, ich wollte in die Basis gehen. Hm. Fahrrad machen, ich jetzt hoch. Was ist denn du? Ähm, nein, nein, wir brauchen hier keine. Willkommen im Fahrradjob 2. Weil, das ist einer der Fahrradjobs in dieser Region. Puh, wir haben Matchbike, äh, nee, wollen wir nicht austauschen. Ja. Manche Fahrradmunk vorbei sein wird. Ja, das wissen wir auch. Sollen wir eventuell das Akku bei Akku bei Akku, ach, keine Ahnung, wie heißt das dann? Ah, I don't know. So, wir sind also Sky, ja, sind wir ja. Wir haben mit Wall-E gespielt. Ja, aber das ist der ganz normale Text, den man hat hier. Wo man, genau, Schmaragg spielt. Äh, das heißt, wir haben so, ach, was labern die eigentlich, keine Ahnung. Äh, also ist der schon nix von Robin oder vier Schmaraggen. Äh, auch nix, oder was wir jetzt gerade fragen, sich halt, wo Wall-E ist. Wäh, wäh, wäh. Wollt ihr nicht hier warten? Bin ich da? Ja, toll, wo dürfen wir denn? Telefon, ja. Noch ein Telefon, okay. Ja, und, ja. Ja, haben wir hier jetzt auch noch... Problem ist, könnte auch sein, dass wir uns hier irgendwas geben wollen. Dass es hier irgendwas gibt. Oder einfach gar nicht. Äh, diese Insel ist ein brillant, also hervorragender Platz für unsere Forschung. Aber es ist an der See, also im Ozean. Ähm, so besucht uns die im Aqua oftmals, und das ist sehr nervig. Äh, hätte mir nicht was geben können, dafür. Das ist dann... Das ist dann... Das muss man sich verschonen hier. Ja, die Frage ist, wo müssen wir hin? Ja, ich will hier alles abklappern. Wir könnten uns langsam laufen. Wir versuchen das Ding für jedermann zu erwarten. Was das nur sein könnte, was könnte denn die Magma erwecken wollen? Ah, bestimmt kein Pokémon, nein. Wir haben jetzt nur ihren Boss schlafen gelegt, weil er müde war. Und wenn ich den Becken wieder voller Enrage. Ich habe keine Bock zu kämpfen. Ich gehe erstmal nach meinem Weg lang. Ja, war doch die richtige Entscheidung. Eine Wunderwuppe. Nehmen wir doch. Spiegel, Fenster. Ja, okay, Fenster können es eigentlich sein, weil ansonsten werden die sehr gut platziert. Ja, Spiegel können es auch nicht sein. So viel Spiegel braun ist nicht mal braun. Ähm, dann kämpfen wir aber jetzt. Ach, ja, ja. Oh, toll. Was machen wir hier? Das weiß ich auch nicht, weil hier ist nichts. Was machst du hier, ist die Frage. Allein in einem Raum mit Kissen. Guck mal da. Äh, Geduld. Weißt du was? Wir sind ja schlau. Naja, Bunker, du Enne. Jetzt lasst du deine Energie raus. Und, oh. Hab nicht funktioniert. Das tut mir jetzt aber leid. Jetzt geht es dir da. Ne, mach natürlich erst noch, noch, noch mit uns. Das ist aber definitiv nicht der richtige Sound. Ach, Boden. Ja doch, Wasser haben wir ja nicht. Äh, doch, Gott. Swagger. Swagger. Guck, auch was Stärken anpacken hier. Alles braucht Stärken anpacken. Das ist viel zu schwach. Not strong, Ina. So, was hat er jetzt hier gemacht? Oh, oi. Wenn ihr Forscher... Öhm, ja, close. Wer hätte es auch gedacht? Was ist das? Oh, das ist das, wo die Treff runtergeht. Na ja. Ja. Hallo. Wir haben hier mal. Amen. Amen hat sehr hart hier, ich weiß. Und dieses Ding wird mehr Land erschaffen, als man zum Leben überhaupt benötigt. Ja, warum macht ihr es dann? Kauft euch Land an oder baut an? Mein, mein Gott. Ihr könnt hier so einen großen Turm bauen, also könnt ihr auch mal wieder einfach mal Land anbauen. Naja, ich werde mich schon irgendwas bei dem Schatz schatten. Wow. Ich werde mich schon irgendwas bei dem Schatz gedacht haben. Ich denke. Nee. Denk man nicht. Äh, joa, wechseln. Wir müssen doch Strabia nicht darum gehen. Und dann würde ich sagen, nach dem Kram. Laufen wir hier zum Pokémon wieder zurück? Äh, kaufen wir uns im Markt immer per Trinken, das ist eine gute Idee. Ähm. Und dann sehen wir uns hier genau an der Stelle wieder. Weil... Hä? Was meinst du mit? Ich hab verloren. Das weiß ich auch nicht, aber irgendwie hast du halt verloren. Ähm. Der Boss sagt, es wird jeden glücklich machen. Hm. Aber warum geht uns nicht jeder in den Weg? Also, gucken wir uns nicht mehr. Ja, da. Würde ich mir jetzt mal Gedanken machen. Weil wir euch euer Glück zu spenden. Hahaha. Äh. So, Marc. Und... Adios. ... ... ... ... ...